Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age. So, wir sollten jetzt mal die ganzen Questen, die wir im Wald erledigt haben, jetzt auch mal kompletieren. So. Unser Plattenteam und dann geht's los. Ihr seid also durch und durch ein dreckiger kleiner Zwerg, richtig? Und ihr seid durch und durch ein dreckiger kleiner Magier. Ich tue mein Bestes. Zumindest bin ich aber kein nach Bier stinkender, rülpsender Haufen Dreck wie ihr. Und ich bin kein jämmerlicher, stumpfsinniger Feigling wie ihr. Das stimmt. Wir sollten uns vielleicht zusammen tun. Gut, warum ich jetzt sozusagen die Begleiter wieder mithab, weil sie halt besser aufeinander passen. Die keifen sich zwar auch ab und zu mal an, aber es ist eher eine Hassliebe. Ja, das passt schon. Gut. Gehen wir erstmal nach Anoranthien zurück. Und dann würde ich sagen, würden wir hier auch mal auf der Karte ein bisschen mehr erforschen und erkunden. Gibt ja hier noch viel zu entdecken, was wir noch nicht gemacht haben. Gut. Ähm, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo gehen wir dann als erstes hin? Du hast die verlorenen Gegenstände einer Händlergilde. Stadt Anoranthien wird dafür sorgen, dass du... Ah, okay. Das sind wohl wahrscheinlich alles Quest-Tafel-Dinger gewesen. Größteilig. Also müssen wir einmal zur Kirche gehen, glaube ich. War das? Und einmal da vorne, genau. Ihr seid zurück. Habt ihr Neuigkeiten für uns? Eure Kava Ravan wurden von einer Elfin überfallen. Eine Elfin hat das getan? Aber das verstehe ich nicht. Warum? Das ist unwichtig. Die Sache ist erledigt. Wirklich? Ach, das sind wundervolle Neuigkeiten. Ich hatte euch eine Spende versprochen, nicht wahr? Ja, hier, nehmt dies. Mit den besten Empfehlungen der Gilde. Ich danke euch. Sollte die Händlergilde noch irgendetwas anderes für die Grauen Wächter tun können, so lasst es uns bitte wissen. Es war mir eine Ehre, euch kennengelernt zu haben, Kommandant der Wächter. Okay. Das haben wir fertig. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. Okay. So, was haben wir denn jetzt noch übrig? Das Kernholz. Kantoren. Und... In der Stadt einen Ramp hinzubringen. Okay, jetzt fehlt uns nur noch... ...die Frau, ...die wir den Ehering geben müssen. Und einmal die Kantorin. Dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Wollen wir mal hoffen, dass wir die Frau relativ fix finden. Ihr haltet euch doch nicht wirklich für witzig, oder? Ich hätte schwören können, dass ich schon wieder das Summen irgendeiner Fliege gehört habe. Ho, 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 ho. Ich kann euch mein Leben in einem Wort schildern. Oh nein, bitte bringt mich nicht zurück in den Turm. Ich bin doch viel zu zart dafür. Ich bin viel mehr als nur ein Zwerg. Ich bin auch ein Schwachkopf. Hört nur, wie ich futzen kann. Oh, bitte, großer, böser Templer. Was habt ihr denn mit eurem Schwert vor? Äh... Spielt lieber nicht mit dem Feuer, wenn ihr Angst habt, euch zu verbrennen, Söhnchen. Die passen wie Fauts aufs Auge. Bereut und habt Vertrauen. So wird der Segen des Erbauers euch Frieden bringen. Gut. Äh... Zwei fanden das nicht so toll, dass wir das Holz abgegeben haben. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Dann gehen wir mal kurz in die Kirche, gucken, da müsste das eigentlich... rein logisch denkbar doch die Frau zu finden sein, oder? Ehrwürdige Mutter und sonst ist hier aber niemand. Okay. Hm. Vielleicht auf der anderen Seite? Nein. Okay. Gut. Falsche Annahme. Dann müssen wir ganz wieder zurück. Also, sprich... Seine Frau. Bloß, wo ist seine Frau? Eine Beak-Beschreibung, Bennett. Home. Das könnte vielleicht auch noch in der Taverne sein. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung wert. Aber wir gucken jetzt hier nochmal überall rum. Auch mal in die Seitengassen. Aber... Ich denke mal eher in der Taverne anzutreffen. Oder? Ah, hier ist nur ein Flüchtling. Ja gut. Ich denke mal, es ist in der Taverne. Dann rennen wir nochmal zur Taverne rum. Wir kriegen ja Meilengeld. Also, passt das. So. Einmal in die Taverne gehopst. Wer könnte das jetzt hier sein? Vielleicht du? Möchtet ihr etwas, um euch den Staub aus der Kehle zu spülen, Fremder? Nein, danke. Im Moment nicht. Also gut. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr eure Meinung ändert. Hm. Ja, Nidra. Ich kenne diese Person nicht, Bran. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Meine Begleiterin fühlt sich in Gesellschaft Fremder nicht wohl. Ich bin Bullturtle, der Kommandant der Wächter. Ich verstehe. Dann geht es also um Kenan, richtig? Ich... Ähm... Liebling, könntest du uns einen Augenblick allein lassen? Ist... Ist Kinen tot? Ja, er ist bei dem Versuch gestorben, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das waren seine Worte, nicht wahr? Das ist sein Ehering. Vielen Dank, dass ihr ihn mir zurückgebracht habt. Kinen hat immer gesagt, er habe sich den Wächtern angeschlossen, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber war es wirklich besser für mich, ganz allein in einem fremden Land zu sein und mich fragen zu müssen, ob wir jemals eine Familie gründen werden? Ihr betrügt ihn, nicht wahr? Er war immer monatelang fort und häufig gab es nicht die kleinste Nachricht von ihm. Hätte ich vielleicht ewig auf ihn warten sollen? Er hat vergessen, dass ich eine lebende, atmende Frau bin und nicht nur ein Symbol für etwas, wofür er kämpft. Auch die Liebe hat ihre Grenzen. Na gut, machen wir jetzt erstmal den Stufenaufstieg. So. Ist schon ein bisschen traurig, wenn man so mal drüber nachdenkt. Aber was will man da machen? Gut, was kriege ich denn jetzt noch für ein Attribut? Also, komm, hier, machen wir mal hier weiter. Kommandant der Grauen Wächter. So. Hier kriegst du natürlich einen auf Stärke und kriegst mal zwei auf Konsti. Den Behüter machen wir jetzt fertig. Und dann passt das. Gut, dann haben wir das jetzt soweit erledigt. Und jetzt haben wir nur noch Haupthandlung und Wacht. Das passt doch. Weisen der Verderbnis. Freundliche von 50 Silber. Na, okay, können wir machen. Äh, okay. Gut, dann... Huch. Ach, ich hab nichts, was die Weisen benötigen. Na gut, dann muss ich nachher mal gucken, was die Weisen genau benötigen. Aber ich würd sagen, wir gehen jetzt erstmal das Land ein bisschen entdecken. Machen wir noch ein bisschen Zeit. Und es gibt sicherlich noch viel zu sehen. So. Mal da hinten wieder rauslaufen. Nicht, Katze? So. Gut, wo gehen wir dann als erstes hin? Ich würd sagen, verlassene Bucht. Ist von hier aus relativ leicht zu erreichen. Außer man geht den Außenrumweg. So, was haben wir denn hier? Das kommt einem so ein bisschen bekannt vor hier. Ähm... Waren wir hier schon mal? Kann das sein? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Sehr schön. Weil da liegen nur Leichen. Na gut. Dann gehen wir mal zu... dem Riff. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir jetzt genau noch überall mal waren. Wo nicht? Ah, hier waren wir noch gar nicht. Und da vorne so ein Plünderer. So. Dich leben wir. Okay. Und jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr. Jetzt erlebte du die zerstörerliche Kraft in der Natur. Sack. Das hat deutlich mehr... Oh, 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 oh. Da hinten ist ein Magier. Da kommt's feier rein. Aber... Meins hat gesessen. Mein Käfig. Kann ich derzeit schon mal hin zu dir. Oh, komm. Versteinen will ich nochmal. Ich bin hier der bessere Magier. Was auch ein Blut-Magier. So. Und Orgren. Mach ihn gleich den Kopf kürzer. Ah, also... So. Unterbrochen. Unterbrochen. Und ich glaub, das war's. Gut. Dann plündern wir uns mal durch. Ein Trunk. Geborgene Handelsware. Mhm. Das gehörte zu einer Quest. Du hast das Wrack nach Wegels Wacht aufgebrochenem Vorratsschiff gefunden und konntest einige wertvolle aussehende Waren bergen. Mhm. Selbstverständlich. Na gut. Dann bergen wir mal hier alles. Was wir irgendwie finden können. Hier haben wir noch eine Kiste. Hier haben wir noch eine Kiste. Mensch. Die haben aber viel bei. Huch. Den will ich doch auch plündern. So. Kiste auch nochmal. Und da hinten ist, glaub ich, noch eine Kiste. Genau. So. Dich plündern wir auch aus. Und dann passt das. So. Mehr ist jetzt hier auch nicht zu finden. Also gehen wir wieder zurück. Verzüglich weiter. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Hof des Alten stark. Und danach bleiben wir eigentlich nur noch die, der Hof hier unten. Also unterhalb. Und die tiefen Wege. Dort sind Gegner. Oh. Dort sind Gegner. Mhm. Dann wollen wir mal sie gleich überraschen. Mit einem schönen Feuerball. Und. Danach festsetzen. Wunderbar. Das trifft sogar alle. Das ist doch ein schönes Ding hier. So. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen flambiert reinhalten. So. Oh. Den hat das gar nicht so viel. Ausgemacht. Das ist aber schade. Na gut. Dann. Kühlen wir euch mal ein bisschen ab. So. Ähm. Dann nehm ich immer dich auseinander. Na komm schon. So. Dann nehm ich dich auseinander. Gut. Dann betäub ich sie mal alle. So. Damit du mir jetzt gar nicht hier erst abhauen tust. Und du da hinten gehen wir nicht auf den Nerg. Das ist ein bisschen böse. So. Und dich machen wir jetzt so alle. Und jetzt haben wir hier nur noch die beiden in die Tür. So. Du kriegst noch ein normales Gefängnis. Zack. Damit es einfacher wird. So. Zack. Und. Hopp. Das hat doch gut gepasst. Und jetzt kommt der erste Hund. Okay. Da hat jemand ein Level up. So. Mehr war jetzt hier nicht zu finden. Aber ein bisschen wenig. Oder stehen hier noch irgendwo auf dem Hof. Welche rum. Scheint nicht so. Das ist bestimmt wegen der Verschwörung gewesen. Wo wir denn sowieso zu spät gekommen sind. Weil sie ja schon stattgefunden hat. Armor Rowl. Wie ihr meint. So. Dann nochmal einmal hier unten zu den Ländereien hin. Oh. Oho. Oh. Was kommt jetzt? Da kommen ein paar Räuber. Na gut. Hauen wir gleich mal den Feuerball raus. So. Dann hauen wir auf hier mal ein bisschen rum. Gut. Und dann. Huch. Ne. Ich will nicht das Icon wegziehen. Ich wollte eigentlich mal was auf mich ziehen. Was ist das? Ja. Wunderbar. Dann gehe ich schon mal auf die Bogenschützen los. Ja komm schon. Ja komm. Gut. Ich werde jetzt von hinten ständig attackiert. Und von vorne. Gehen wir aber ein bisschen gegen den Strich. So. Wir haben Gruppen hier. Der wird wieder voll. Okay. Jetzt läuft die sogar noch. Mal hier nochmal das Schild an. So. Na dann klopft mal ein bisschen. Was ist los mit euch? Lief nicht so wie ihr es gedacht habt. So. Zack. Und dich da hinten. Na jetzt hör auf hier rum zu gehen. Bringt sowieso nichts. Schäbel auf den Boden. Gut. Habt Dank für eure Freundlichkeit Sir. Bitte. Nehmt diese Geldbörse dafür. Und nun mache ich mich auf den Weg nach Vigils Wacht. Der macht dich auf den Weg. Oh. 15 Sovereigns. Du warst aber ganz schön reich Mädchen. Gut. Dann plündern wir jetzt noch die Räuber aus. So. Ja. Und dann machen wir jetzt noch schnell den Stufenaufstieg hier. Dann haben wir noch eine auf Konsti. Und dann kriegst du jetzt mal Schatten. Weil du ja sowieso bald fertig bist. Trefferpunkte. Oh. Schattengestalt. Trugbild, Schattenschlag und Tumult. Bogen warst du fertig, ne? Ne. Dafür fehlte dir noch ein bisschen Geschicklichkeit. Dann fangen wir schon mal Schatten an. So. Denn hier Willenskraft, Magie und Konsti. Und fertig. Und bei dir war das jetzt eigentlich auch. Ja. So lala. Ist egal was wir nehmen. Passt schon irgendwie. Na komm. Dann machen wir auch mal hier das Rückstoßfeld. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ich bin der Meinung, hier hatten wir sogar die erste dunkle Brut, ne? So richtig. Ja. Hier waren wir auch schon. Gut. Dann gehen wir zurück nach Wegilswacht. Bevor wir uns in die tiefen Wege aufbrechen. Wird ja jetzt ein Hin- und Hergereise hier. So. Und zwar hatten wir doch jetzt eben noch. Genau. Der Handel blüht. Hat sich über ihren Rettung bereit erklärt, ihre Waren in Wegilswacht anzubieten. Suche nach weiteren Händler für die Wacht. Okay. Und in Renfin haben wir auch noch welche. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Also. Bis denn. Und wir sehen uns dann.